wieder möchte ich euch mal zeigen wie man bei Google Bilder hochlägt. Ich habe hier schon mal einen Link aufgerufen, aber erst mal gehe ich mal einen Link ein, ich sag mal einfach A gehe auf Bilder, weil dann nämlich hier das Bildersymbol erscheint Bild hochladen Detail auswählen und hier habe ich zum Beispiel Bilder und da werde ich jetzt ein Bild davon einfügen sag mal dies hier dann klickt man auf öffnen, das Bild wird hochgeladen und dann wird da auch automatisch eine Vermutung aufgestellt also in dem Fall zwar nicht ganz, aber dann kann ich hier zum Beispiel hier wird ja optisch ähnliche Bilder jetzt gebe ich mir zum Beispiel hier die Beschreibung ein hier ist Champs-Élysée und das Bild ist hochgeladen das werde ich jetzt nochmal machen Bildersuche Bild hochladen Datei auswählen und da sind jetzt hier noch ein paar mehr Bilder das sind übrigens alles von mir selbst geknipste Bilder das sind übrigens alles von mir selbst geknipste Bilder von meiner Parisfahrt war ich mal unterwegs da habe ich ganz schön viele Bilder gemacht dann nehme ich zum Beispiel jetzt mal eine Metrostation lade ich dieses Bild jetzt auch hoch gucken mal ob er diesmal jetzt eine Vermutung aufstellt ja jetzt stellt er hier eine Vermutung auf das ist Montmartre Paris das stimmt auch das habe ich in Montmartre gemacht und dann kann man hier einfach das Bild ist jetzt da hochgeladen jetzt nochmal ein drittes Bild also ich mache jetzt nochmal ein drittes Bild guck mal welches Bild sonst das Beste ist nehmen wir sonst dieses Bild hier da noch ein Eiffelturm und das dann werde ich jetzt mal gucken ob die Bilder auch gefunden werden Eiffeltower ja das stellt er automatisch in dem Fall aus dass er den Eiffelturm hier erkennt da kann ich da jetzt auch drauf gehen guck mal wie es jetzt bei den Bildern aussieht oder ich werde es dann gucken ob das dann auch so ist weil ich ja urheberrechtlich dass ich ihn nicht verletzen will eigentlich das will ich bei den Bildern eigentlich nicht gucken und ich hoffe mal dass es hier euch gefallen hat dann zeigt es mir mit liken und teilen dann werde ich die Aufnahme auch schon weg die Eiffelturm